Wir brauchen sie nicht. Vor allem ist Trockenfleisch und so, es bringt fast gar nichts irgendwie. Die Verteilung von den Tieren ist aber auch sehr merkwürdig. Ich wünsche jetzt, weil du und die ganze Wölfe irgendwie instant gespawnt sind. Es war gewollt und den nehme ich mit. Ach, diese Gleise, die bringen uns irgendwann rum.